Ich bin junge Bäuerin und bin hier, weil ich für meine Zukunft kämpfe. Dieses Land braucht wieder Bauern. Ich bin hier, um für eine neue Agrarpolitik zu kämpfen. Damit die Insekten eine Zukunft haben. Wir sind Bauern aus Mecklenburg-Vorpommern und wir finden, nur mit allen Verbrauchern können wir das Ding hier rumreißen. Deswegen sind wir hier. Ich bin bei Wehaben ist satt, weil ich für mehr Klimagerechtigkeit kämpfen will und wir in der Landwirtschaft Solidarität international brauchen. Ich bin bei Wehaben ist satt, weil ich für mehr Klimagerechtigkeit kämpfe.